Im heutigen Video geht es um die asiatischen Elefantenkühe Jenny, Seider und Indra im Zoo Karlsruhe. Jenny und Seider gelten als eher schwierige Elefanten, haben sich aber erfolgreich im Zoo Karlsruhe aneinander gewöhnt und man kann sagen, sie sind sogar Freundinnen geworden. Mitte Juni 2024 kam dann noch die asiatische Elefantenkuh Indra dazu, welche die Tochter von Seider ist und sie hatte ihre Mutter Seider seit 13 Jahren nicht mehr gesehen und sie kannte auch Jenny aus der Vergangenheit, hatte Jenny aber seit 18 Jahren nicht mehr gesehen. In diesem Video hier, da geht es außerdem um eine kleine Verhaltensstudie und zwar zeige ich zwei Schlüsselszenen, die das Verhältnis von Jenny, Seider und Indra nochmal ganz ausführlich und ganz detailliert erklären. Also, in diesem Video geht es um die Elefanten im Zoo Karlsruhe, um die Integration, aber auch um zwei ganz besondere Schlüsselszenen, die ich hier ganz ausführlich vorstelle. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video über Elefanten. Im heutigen Video geht es nach dem Intro um dieses Thema. Ja, im heutigen Video geht es um die drei asiatischen Elefantenkühe Jenny, Seider und Indra im Zoo Karlsruhe. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video über Elefanten. Hier sieht man alle drei asiatischen Elefantenkühe. Links Seider, aus dieser Perspektive in der Mitte Jenny und rechts Indra, die Tochter von Seider. Also, diese Elefantenkühe hier, das ist Seider, etwa 2,90 Meter hoch, die größte Elefantenkühe. Diese Elefantenkühe hier, das ist Indra. Was macht sie da überhaupt? In der anderen Perspektive sieht man, sie frisst Heu an einem Heunetz und sie ist die Tochter von Seider. Und der Elefant da hinten, aus dieser Perspektive in der Mitte, das ist Jenny. Sie ist die Leitkuh hier im Zoo Karlsruhe. Ja, alle drei Elefanten sind schon zusammen. Dieses Video wurde aufgenommen am 6. Juli 2024. Da waren die Elefanten zu dritt erst seit zwei Wochen und wie man sieht, es hat ganz gut geklappt. Sie sind alle im selben Gehege untergebracht. Hier nochmal das Heunetz, an dem Indra sich hier bedient. Und Jenny und Seider, die stehen da jetzt am Zaun, denn da wird gleich ein kleines Training stattfinden. Und dann wird später die Tür geöffnet zum anderen Außengehege. Hier stehen jetzt also Jenny und Seider nebeneinander. Man sieht offenbar, dass der Zuwachs von Indra nichts an ihrer Freundschaft geändert hat. Das ist jetzt Indra, die im Zuge des Trainings an die Seite genommen wird. Und Jenny und Seider, die stehen noch hier an den Toren. Aber jetzt sehen wir, dass auch Jenny dazu kommt und hier zur Seite gelockt wird. Und damit steht jetzt auch Jenny hier in der Nähe von Indra. Und die beiden werden sich jetzt passieren. Aber man sieht völlig ohne Probleme, völlig ohne Aggressionen. Es gibt augenscheinlich keine offensichtlichen Probleme zwischen Indra und Jenny. Indra, ja, die läuft jetzt in Richtung ihrer Mutter Seider, die da noch am Tor steht. Und Jenny bleibt hier am Zaun stehen. Aber wir sehen, Indra geht jetzt zu den Flusspferden und guckt sich mal diese Tiere an, während Seider noch am Tor steht und das Tor wird nun geöffnet. Und Seider entschließt sich dann, das ist die Elefantenkuh jetzt rechts, doch eher Richtung Jenny zu gehen, während Indra die erste ist, die durch das geöffnete Tor durchgeht auf die zweite Elefantenanlage. Sie geht also hier durchs Tor, die Indra, die Tochter von Seider. Damit ist Indra jetzt in der anderen Elefantenanlage. Und Seider, die geht aber zu ihrer Freundin Jenny. Ja, hier jetzt also links Seider und rechts Jenny. Und man sieht, die beiden sind wirklich gute Freundinnen. Sie verstehen sich sehr gut und sie berüsseln sich hier jetzt ein bisschen. Also die Ankunft von Indra hat an dieser Freundschaft nichts verändert. Jetzt sehen wir ein bisschen Komfortverhalten bei Seider. Seider ist sich hier an dieser Betonröhre, die einen Baumstamm darstellen soll, an diesem Enrichment am Schubbern. Ihre Tochter Indra ist indes im anderen Gehege, die Tür ist offen und frisst wieder an einem Heunetz. Mutter Seider, nun nach dem Schubbern, bewirft sie sich mit Sand an diesem Sandberg hier. Und jetzt machen wir einen kleinen Sprung. Und inzwischen stehen alle drei asiatischen Elefantenkühe im anderen Gehege, in diesem Gehege, das zum Elefantenhaus verbunden ist. Und das ist links Jenny, in der Mitte Seider und rechts am Heunetz, das ist Indra, die Tochter von Seider. Ja, jetzt sehen wir, dass Seider sich links schlafen gelegt hat an den Sandhügel. In der Mitte steht Jenny, die bewacht Seider und rechts steht Indra, die Tochter von Seider. Und die frisst hier immer noch an diesem Futternetz. Jetzt ändert sich die Szene ein wenig. Links schläft Seider. In der Mitte ist Jenny, aber Indra passiert jetzt. Und Indra geht zu ihrer Mutter und berüsselt ihre Mutter Seider. Seider steht daraufhin auf. Und hier sehen wir jetzt eine dieser Schlüsselzähnen. Jenny schiebt sich zwischen Seider und Indra. Das sehen wir hier ganz eindeutig. Und bei Elefanten passiert nichts zufällig. Und jetzt sehen wir, dass Indra sich ihrerseits auf den Sandberg ablegen wird. Hier liegt sie bereits, hat sich gerade abgelegt, die Indra auf den Sandberg. Aber jetzt schiebt sich Jenny dahin und versucht Indra ein bisschen von dem Sandberg runter zu drängen. Stück für Stück und wie in Zeitlupe, aber sicherlich nicht zufällig, nährt sich jetzt Jenny, der Elefant in der Mitte, immer mehr an Indra an, schubst sie sogar ein bisschen mit dem Bein und nimmt ihr da den Platz, macht es ihr ungemütlich und Indra, der linke Elefant, steht daraufhin auf. Jawohl, das macht sie jetzt und verlässt ihre Position auf dem Sandberg wieder. Und was macht Jenny? Die legt sich dann selber auf den Sandberg. Hier sehen wir, dass Jenny sich jetzt ihrerseits auf den Sandberg legt. Links steht Indra, die bewirft sich mit Sand und rechts steht Seider. Aber was wir auch sehen ist, dass Jenny gar kein allzu großes Interesse hat, selber auf dem Sandberg zu liegen, sondern jetzt nach kürzester Zeit steht sie schon wieder selber auf. Und die Türen zum Elefantenhaus sind offen und genau dahin wird sich Jenny jetzt begeben, gefolgt von Seider. Also Jenny und Seider begeben sich jetzt ins Elefantenhaus und da erleben wir gleich die zweite Schlüsselszene. Rechts ist Jenny, links ist Seider und jetzt stehen die beiden im Innenfreilauf des Elefantenhauses. Das schauen wir uns mal gerade von der anderen Seite an. Hier steht links Jenny und rechts Seider. Wir machen wieder einen kleinen Sprung. Hier kommt nämlich Indra dazu. Inzwischen steht Jenny hinter Seider. Also der rechte Popo gehört Seider. Der mittlere Popo gehört Jenny. Und die Indra, die Tochter von Seider, versucht sich jetzt an Jenny vorbeizuschieben und die ganz hintere Position einzunehmen. Also jetzt stehen alle drei Elefanten, Indra, Jenny und Seider gemeinsam im Innenfreilauf. Und offensichtlich gibt es auch keine Probleme. Aber gleich kommt noch eine Schlüsselzähne. Nämlich jetzt. Hier steht links Indra und vorne steht Seider. Hinten rechts ist Jenny. Und wir sehen, dass Indra mit ihrer Mutter Seider Kontakt aufnimmt, dass sie sie berüsselt an der Vulva und an den Zitzen. Und Seider schaukelt da auch mit den Ohren. Aber rechts kommt Jenny jetzt vorbei. Und was wir jetzt sehen werden, ist, dass Jenny sich ganz gemächlich, aber nicht aus Zufall zwischen Indra und Seider schiebt. Also dasselbe hatten wir vorhin draußen schon gesehen, dass Jenny sich zwischen Indra und Seider schiebt. Und jetzt sehen wir das nochmal. Jetzt rechts steht Seider. Ihre Tochter Indra ist hinten. Vorne steht Jenny. Und hat Indra jetzt eigentlich schon abgedrängt. Und wir sehen gerade noch, wie Indra in die Nachbarbox wechselt. Links im Bild. Das heißt, Jenny hat Indra von Seider wegkomplimentiert, will ich mal sagen. Nicht bösartig, sondern wirklich, naja, so freundschaftlich wie es geht, hat sie sie wegkomplimentiert und versucht jetzt ihrerseits, sich neben Seider zu positionieren und neben Seider aufzuhalten. Und Seider, die macht hier so ein bisschen Übersprungsverhalten. Die berüsselt ihre Zitzen und die steckt auch mal ihren Rüssel ins Mäulchen. Das sehen wir jetzt, dass sie sich so auf den Rüssel beißt. So ein typisches Übersprungsverhalten. Jenny rüsselt jetzt zu Indra. Indra steht in der linken Box. Jenny steht aus dieser Sicht also in der mittleren Position. Und rechts steht eben Seider. Man könnte spekulieren, ob Jenny eifersüchtig ist auf Seider und Indra. Aber diese Situation, die klären wir mal in einem neuen Video auf, wo ich erzähle, ob die Integration geklappt hat oder ob sie nicht geklappt hat. Und auch die Frage, hat Indra überhaupt ihre Mutter Seider erkannt und hat Seider ihre Tochter Indra erkannt? Denn da gab es am Anfang auch ein paar Situationen, wo die Reaktion von Jenny auf Indra viel größer war, als die Reaktion von Seider auf Indra. Das alles analysiere ich demnächst nochmal in einem extra Video. Also unbedingt reinschauen. Ja, das war schon mein kurzes Video für heute. Ich hoffe, dass es gefallen hat. Dann gerne einen Like da lassen. Gerne den Kanal abonnieren, das geht da unten irgendwo. Und auch nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, um auch keine Videos mehr zu verpassen. Außerdem gerne auch Kommentare schreiben, die lese ich in jedem Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020